Alter, was ist denn hier? Hier ist Blut auf dem Taschentuch. Alter, der Fernseher. Pass auf, endet hier. Zieht euch das da mal hin. Alter, ich habe einen Unruh oder die Füll hier, die ganzen Dinge. Was ist denn hier los? Ist das ein Blutfleck? Du scheiße. Ah, nimmt meine Nase wach. Ich bin ein Plattenspieler. Ja, 1888. Hallihallo. Jepa. Wir sind mal wieder auf Tour. Wir müssen uns jetzt bloß ein bisschen beeilen. Wir wollten euch puh puh scheißern, dass es jetzt losgeht. Wir gucken wieder. Nach dem Intro geht es weiter. Ja, ja. Dann schnell. Ha! Kicke hier, haben sie sogar schon Stühle gestellt, um von uns zu kommen. Oh, das ist so gebrittert. Alter, das ist nicht los. Ich würde erst den einfachsten Blick nehmen. Na oben. Hä? Ne, da ist zu. Achso, schade. Ich dachte, das hast du gesehen. Nö, hab ich gar nicht gesehen. Guck mal mal. Ich glaube, hier brauchen wir nicht versuchen. Na? Ganz im Wesen. Boah, gleich mit dem. Boah, das stinkt die Hörder, Alter. Ja. Man da hinten. Was? Ja, guck mal. Alter, zache. Äh, mehr denn darin oder was? Kann ich sagen. Wenn du irgendwie voirst. Fuck. Da wird eben die Hosefenster. Alter, was ist denn hier? Was ist alles für mich hin? Ja, ach du Scheiß. Hey Leute, oh ne Scheiße Alter. Guckt euch das an. Es ist einfach noch alles drin. Ich geb euch mal weiter. Scheiße. Alter was. Geht euch doch mal was ist denn hier passiert? Geht euch mal was. Ach du Scheiße. Guck mal hier das Blut auf dem Taschentuch. Oder auf dem Button. Ja, aber. Was ist denn hier passiert ey? Vielleicht aber auch, dass welche mal reingeklettert sind und sich einer verletzt hat oder so kann ja auch sein. Ja, ein Koffer. Ja, das stimmt. Oh nein. Geht dir das doch mal rein, Alter. Kannst du den Kindern erzählen? Hier fehlt die Schäferung der Kinderwelt. Einen Pferdruck für mich. Jetzt bin ich mal jehocht. ich würde mal interessieren wenn der strom läuft scheiße ist keine bühne mehr weiter geht die tröte da hinten an Alter, als ob wir einfach raus müssen. Alter, Zahnbürste, rein, Jungs, ne? Ich dusche zu Hause, Betrieb. Alter, geht dir die Duschen mal an? Ja, Mann. Krasse Scheiße. So, ich mach mal gucken. Ah, bestimmt nicht mehr, oder? Nee. Warte, hier, Duschzeug noch. Putzen, Scheuer-Milch. Alter. Alter, die haben ja nicht mehr lege. Alter, die deckt ja nicht an. Kiekelt ja an, ey. Ach, du Scheiße. Alter. Oh, krass. Komm, warte. Warte und spiel. Alter, der Fernseher. Kass. So, Alter, die Matratzen sehen, große Zette, darauf vielleicht zweimal wieder geschlafen. Pass auf, hinter dir. Das ist so viel. Engass, das ist die Krabbelviecher. Scheiße. Ich hole den. Geh dir das an, den Fernseher. Geh dir das an, den Fernseher. Geh dir das an, den Fernseher. Scheiße. Scheiße. Krass. Alter. Zieht euch das da mal rein. Boah, was? Das war schon größeres Zimmer. Alter. Nachbar. Alter, ich kriege bei einem Unruh und die Führe hier bei dir, die ganzen Dinge, ne? Alter, die Fernseher. Der ist ja nur an, den Strom steckt. Der ist ja nur an, den Strom. Höre auf. Aber hab ich die hier. Hier, wo rechts? Ja, rechts. Ja, rechts. Krass. Du Scheiße. Alter. Kopfkissen, Lampen, Fernseher, selbst die Fernbedienung soll hier. Alter, zieht euch das doch mal rein. Was ist denn hier los? Ist ja schon hart. Verstehe ich die Führe ein bisschen die Sprache. Topapier, wir haben ja Corona-Zeit. Die Leute sind ja so bekloppt und kaufen wir Topapier-Video. Hier im Lost Place. Oh, der Beier. Das würde mich ja mal interessieren. Das 21. Oktober 2021 abgerufen. Hier war definitiv nur einer gewesen und hat sich eben's gegönnt. Ach, geh doch mal hier. Was ist denn hier passiert? Ist das ein Blutfleck oder was ist das? Ich würde die waren ja wissen, Alter. Ja, aber die Stühle, die geht ja an, die Stühle an. Das Bild. Hier ist noch ein halber Staubsauger. Krass. Ich leg glaube ich das Bad an. Was ist denn hier? Eine komplette Küche noch. Möbel weg. Sehe ihr die Kette? 89. Scheiße. Ich leg dich das doch mal an. Alles noch voll mit die Schuhe. Aber wirklich, Alter. Zucker, Salz. Scheiße. Also ich sag mal so, dass die hier das Salz in den Läser angemacht haben mit dicht daran, dass sie die Feuchtigkeit aushaben wollten. Ach, du Scheiße. Die haben sie von jetzt abzuwaschen. Mit Zöpfe, Alter. Das war sehr witzig. Wir mussten so schnell sie mögliche raus, anscheinend. Scheiße, Alter. Da haben sie gesagt, ich weiß nicht, ob ich eine Insolvenz angemeldet habe. Was sind die pleite gegangen oder wurden die gesperrt wegen, weiß ich nicht was. Warte mal. Ich weiß, man macht das nicht. Ich tue euch aber den Gefallen. Nur für euch. Luft anhalten. Okay. Es ist safe. Das stinkt doch nicht. Nimmt meine Nase wach. Nee, es ist unbeschleifert. Nee, es ist auch leer. Okay. Wir haben nicht alles hier gelassen. Aber man hat ganz schön viel. Aber geht da mal für... Wie gesagt, ey, das Bad. Bugt durch das Bad an. Waschzeug oben. Das Klo. Habt ihr schon so eine Dusche gesehen? Der Spülkasten. Der Mann. Das ist meine Hand. Die Handtuch hier noch schön sein, weil ich Feuer habe. Waschzeug hier noch alles. Ey, ist doch krass. Das ist die Lampen. Null Vandalismus. Ey, klar. Hat euch, ey. Das ist das Geilste. Wenn du ein Lost Pass hast, wo kein Wanderlismus ist. Wo noch richtig schön da drin ist. Guck mal, ja, mal in ein Bier holen. Aber ey. Shit happens. Auch nimm. Das ist nichts geklaut. Nicht zerstört. Wahnsinn. Warum wird es denn nicht mehr ganz so interessant werden, hm? Sehe ich es hier? Oh, okay. Ich dachte. Lass noch mal laufen, das Ding, hm? Oh, Couch. Couch. Kickeln, alter Plattenspieler. Alter. Das sieht aus, als hätte ich gerade eh nach drin gepennt. Kick dir das doch mal an. Geil, alter. Alter. Schöne, alter Raufwassertapieter. Guck, guck. Guck, guck mal. Ja, ne? Geil, alter. Alter, aber der Boden ist richtig beschwammig, ne? Ja. Das ist schon krass. Äh, hier haben sie gegrillt. Ja, okay. Um sie jetzt abzurechnen. Naja. Ist halt so. Aber wenigstens nichts. Schau, sag ich. Wie groß ist das denn alles? Alter, komplett völlig städt. So geil. Alter, wie weit geht denn das? Ja, ich bin. Scheiße. Ey, aber guck das nicht doch mal an. Was darf ich hier mal an? Brandschutzordnung, aha. Hier liegen. Professor Doktor, naja, sagen wir mal, 1988, 1. Mai. Ey, überleg dir mal, wenn du die schon so lange leersteht. Ach, gib mal das in Salzschweier. Ey, hier rätselt. Oh, ich habe sie sogar ihre Hausaufgaben gemacht. Die sind noch so ein Wattabring. Ach, hier ist noch ein Wattabring am Heft. Das würde mich ja mal interessieren, vor allem. Okay, geht. Das ist ja geil. Oh, russischer hat er sie erst gehabt. Ach, gib mal pfiffig, ne? Hat ein Loch drin, ne? Das ist ja geil. Fällt mir auf? Ja, ist auch noch einer. 91. 91. Ja, hier steht kein Datum drin. Doch, hier, 91. Kiek, alter Schwede. Krass. Ah, dann wird das hier auch immer sagt, kann man heft sein, hier, wa? Dachte, das sind wir... Ah, Mathematik. Ja, ist hier auch gerade. Schwarz-Rot-Gold, Europa, Großbritannien, Japan, DDR, Brandenburg, USA, DDR. Hast du irgendwo ein Datum noch zu sehen von dem Ding bei dir? Nee, hier war das noch nicht. Nee, normalerweise hast du ja eigentlich immer oben links oder rechts irgendein Datum hingeschrieben. Na ja, hier war das noch nicht. Ja, schade. Ja, ist schon krass. Ach, die Schrift ist... Hier steht irgendwas mit 1917. Was? Verbs 1917, ich kann's echt nicht lesen, tut mir leid. Warte mal. Das ist nicht meine Schrift mehr. Schlechte, ernst gemachte Auslösen und... Die Ausläufung, Ausläufung, ey. Also ich kann's nicht lesen. Ey, ist auch so, die zerglichen, das ist ein Wahnsinn. Schon mal Jahre her, wo ich die letzte Mal so verbrauchte. Beobachtung. Krass. Friedrich, Wolf, Professor, Maldok. Was ist das denn? In den Bieren steht ja immer der Datum da. Ja, wo ist die, da kannst du was bespielen. 1888. Krass. Ich hast ein 7. Oh, das ist ja noch richtig alt. Ach so. Komm, Jürgen. Krass. Ja, bitte. Oh, komm, ich bin mir schon wieder zu fett. Ich sag, ich muss noch ein bisschen mehr Sport machen oder so. Zumindest muss man heute anfangen. Alles voller Betten. Was ist denn hier passiert? Ist die Hetzung ausgelaufen, oder? Alter, was ist denn hier? Alter, da ist sie irgendwie gespringt worden. Ist die Hetzung geplatzt? Oh, krass. Der war mir in der Wand das komplett beschmarchelt. Na, wie? Guten Tag. Der war selbst der Spiegel, alles noch heile, ne? Ja, ja, ja. Auch nichts angeleitet. Tim Mülleimer. Hallo. Ach, das ist schon wieder ein Spiegel. Nee, überall Spiegel. Ich kann es ein Spiegel. Mal gucken, Matthias. Oh, er hat die Gäste nicht erwartet. Ich kenne mal die kleinen Fenster an hier. Mal gucken, ob da hinten auch noch drin kommt. Mal sehen. Oh, schau, schau. Na, jetzt kommt der Turt. Naja, wir halten euch mal auf dem Laufenden. Ansonsten nochmal hier noch das Tor. Aber gut, hier ist jetzt... Ja, der Spiegel ist noch gut. In den Torschüsse sind... Nee, da filmen ich nicht mehr rein. Das tue ich euch nicht mehr an. Das ist noch ein Notizbuch. Oh, ein Notizblock. Oh, da steht sogar. Oh, ich kann doch gerade was hier sehen. Ah ja. Die zeigt euch nicht. Hakenkreuz unten. Wegen bisher. Oh, die war recht, ich sag mal. Ja, auf jeden Fall regnet das Tierregelte drin. Da hat die Gäste nicht richtig zugemacht. So. Naja, wir werden auch nicht mal auf dem Laufenden halten, wa? Ja, und ich würde sagen, wir beschäftigen jetzt erstmal Bilder machen, ne? Tschüss. So, Freunde. Da wir ja nicht nur Videos machen, wir haben auch Fotos. Und ich bin schon durch. Oh, guck mal, Dominik macht. Ah, der ist auch schon durch so viel aussieht, wa? Ja. Und jetzt durch. Schade. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, es ist nochmal sehr interessant. Wir halten euch mal auf dem Laufenden. So, Versuch Nummer 2. War cool. War ein geiles Lost Place. Ihr werdet ja wohl sicherlich relativ viel gesehen haben. Ich werde auch nicht viel schneiden müssen in dem Video. Ja, eigentlich nicht. Das ist so blofen, wa? Ja, das wäre cool. Wir werden mal sehen. Ihr habt es ja dann schon gesehen. Vielleicht wir auch schon mal gucken. Ja, ansonsten brechen wir jetzt hier ab, weil Wetter ist scheiße. Und ja, die biologische Uhr tickt bei mir gerade. Und ich nur bei dir. Ja, wir müssen pinkeln. Ist nicht schlimm. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg und toi, toi, toi. Und lasst einen Daumen um, drückt mal den Abo-Button. Wäre cool. Hab euch lieb. Ja. Ja. Und dann. Peace out. Tschüss, tschüss.